Welche Bahn? Da kommt grad ne Bahn, hab ich gesehen. Wo? Nehmen wir die Bahn. Ja, oder nehmen wir die... Ja, nehmen wir die Bahn, ne? Dann müssen wir lieber oben fahren. Nee, nehmen wir die Bahn, komm. Nehmen wir die Bahn. Weil der Peter bringt uns was zu erzählen. Ne ganze Menge. Ja, komm, ich kleb sogar auf der Bahn rauf. Der war Deiters-Reklame, hab ich krass gesehen. Ah, du bist doch nicht bei Deiters beschäftigt, oder doch? Doch. Geh mal hinten rein. Ja, mir egal, ja. Wo setzen wir uns dann hin? Ja. Ja, aber zum Verzählen musst du auch jetzt erzählen, ne? Ja, setzen wir uns doch hier hin. Ja, genau. Ah, jetzt setzt sich da jemand hin. Sonst hätten wir das rein genommen. Nehmen wir das. Darf ich mal eben vorbei dienstlich?